Also geht es erstmal hier die Straße hoch nach Pic hier und helfen denen mit ihren Aufträgen Wobei ich erstmal hier unten will, was in der Höhle ist beziehungsweise in der Krypta Mal hier hinten scheint es auch noch ein Tal zu geben Ja Okay, das sieht aber relativ böse aus und sollten wir erstmal meinen Aha Also mal wieder speichern und gucken, was hier lauert Aha Wenn hier überhaupt was lauert Äh Okay, hier lauert Schaden Äh, nein Kann ich laden? Ja, ich kann laden Gut In a minute In a minute Also hier ist einfach nur das Gebiet verseucht und ich kriege Schaden In a minute Okay, das heißt wir gehen erstmal hier hoch Agreed Ja, das ist einfach nur das Gebiet verseucht Ja, das ist einfach nur das Gebiet verseucht Come on folks Und ja, den Ring kann ich dann gleich zurückkaufen Wahrscheinlich für weniger Geld, als ich jetzt gleich dafür kriegen werde Mal gucken, wie viel kriegen wir für den Ring Also erstmal Steine So Und dann noch den Chaos Ring What? So Stiefel aus kleine Höhle und Ähm Das finden ist jetzt nicht gut Das ist ganz und gar nicht gut Und Okay Ähm Yes Well Alle Aufträge sind weg Da sind sie noch da Da sind sie nicht mehr da Aha In a minute Okay Schnellsleich Ähm Schnellspeicher Slots sind verbarkt Aha Aber scheinbar scheinen die Quests noch irgendwie aktiv zu sein Come on folks Uh huh In a minute Agreed Wenn ich jetzt Einfach mal ein Backup mach So Und das Laden tue Da sind die Quests auch immer noch im Alm Okay Here we are Aha In a minute Braucht maner Trank aus Chaos gewinnen In a minute Pick Das ist Pick hier Äh Was ist mit Gran Granvik haben wir auch immer noch Granvik hat nichts Neues Äh Okay Okay ihr seid jetzt wieder ne Stadt Yes Come on folks Aha Agreed Come on folks Agreed Ich hoffe einfach mal dass nur das ähm Tagebuch verpackt ist In a minute Aber nicht die äh Quests an sich Agreed That'll be fun So das ist ein normaler Phantomkrieger Come on folks Come on folks Oh wir haben einen unserer Jungs verloren Agreed Aha Ich hab nicht genug Fähigkeiten die magische Einheit zu kontrollieren Also musst du erst einmal aufgelöst werden Ich hab nicht genug Fähigkeiten die magische Einheit zu verabschieden Ich hab nicht genug Fähigkeiten die magische Einheit zu verabschieden Okay Dich kann ich jetzt wieder auflösen Das war nämlich nicht das was ich erreichen wollte Ah Okay Der Trigger funktioniert Ja Ich hab vorhin den Auftrag beendet Entzündet die großen Leuchtfeuer At your service Come on folks Aha So da ist noch ein Phantomkrieger im Weg Agreed Come on folks What Aha In a minute Oh ja Ich hab in Peak hier vergessen Den Ring zurückzukaufen Äh I have so bad That'll be fun At your service Huh Bows at the ready Well Aha As you wish Alright Beat them up So Here we are Come on folks Der ist down In a minute In a minute Da ist sogar noch einer In a minute Shoot em Okay Okay wir haben schon wieder jemanden verloren Und noch jemanden Yep I love an old fashioned hunt I love an old fashioned hunt Aha Gut Wir haben noch Wir haben jetzt nicht noch einen Krieger verloren Aha Das ist gut Es ist ja aber noch ein Chaos Äh ein Chaos Ein Phantom drin I love an old fashioned hunt So ein Zingel ging genau Und noch einer tot Aha Das war alles 25 Goldstücke Okay Come on folks In a minute Come on folks Aha Ach ja den Ring könnte ich wieder kaufen Hm Ich könnte aber auch noch ein Stahlschwert kaufen Hm Eine Wissensrolle Die sollte ich auf jeden Fall kaufen Äh Gift aus einer Wolfsgur Ihr habt auch eine Wissensrolle Die ich kaufen sollte Okay Ihr habt aber nicht zu viel Auch eine Wissensrolle Nein Und das Söldnerlager Das hat glaube ich Gar nichts Nein Aha What Well Aha Ja Einheiten nachbilden Kann ich leider nicht hier All right Nee Aber ich kann zum einen Das Schwert Komm Den Ring auch Und die Wissensschriftrolle Auch gleich Hier we are So Hier we are All right Come on folks At your service All right Here we are Wobei die ganze Die ganze Nahrung Die verkaufen wir dann Beim Söldnerposten In a minute Einfach weil wir denen auch Geld geben Um unsere Trügel wieder aufzufüllen Ja das Chaosgewölbe Ignorieren wir Noch Also ja da geht's nirgendwo hin Das heißt ich kümmere mich als nächstes da oben um die Zombies und so Und ja hier waren wir schon überall Oh was ist das für eine Höhle eigentlich Ah noch eine Monsterhöhle Bleed